dann werden sie doch ein paar kleine unterschiede ein paar größere vermutlich sogar auch erkennen können so magdalena markowska aus polen ist das kostet natürlich ein paar zehntel aber hielt sich noch in grenzen wichtig ist dass man sich danach nicht verunsichern lässt das ist offensichtlich nicht der fall der stand war auch nicht sauber natürlich den gesamteindruck